Im Westjordanland sind unweit einer israelischen Siedlung vier Israelis getötet worden. Vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Wie das israelische Militär mitteilte, sei der Angreifer vor Ort von einem Zivilisten neutralisiert worden. Es blieb unklar, ob er getötet wurde. Erst am Montag hatten sich Israels Armee und militante Palästinenser im Westjordanland eine Schießerei geliefert, bei der sieben Palästinenser getötet wurden. Seit Jahresbeginn starben 25 Menschen auf israelischer Seite durch Anschläge. In den palästinensischen Gebieten waren es 130 Menschen.